PUSH! Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video! Mit dabei ist heute der liebe Tobias! Mach auf DUO! Was? DUO! Was denn? DUO! Hallo, schreib mir nichts zu an, okay? Leute, das heutige Video ist frei inspiriert von dem Video von ConCrafter, welches inspiriert ist von 200.000 anderen YouTube-Videos. Bitte keinen Hater lassen, sondern, wenn ihr cool seid, lasst jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare. Geil, geil, geiles Video, geil. Leute, wir machen heute eine der Boden-ist-Lava-Challenge, die hat Luca vor einer Woche schon hochgeladen. Eigentlich habe ich versucht, Luca für eine Fortnite-Aufnahme heranzubekommen. Hier ist unser WhatsApp-Verlauf. Ja, scheinbar hat Luca irgendwie momentan geistige Probleme, so dass er nicht in der Lage ist, mit mir aufzunehmen. Deshalb mache ich dieses Video mit ConCrafter Nummer 2, und zwar als Cation. Ja, man kennt mich als ConCrafter Nummer 2, ne? Die Regeln sind simpel. Tobi, wir spielen gemeinsam. Und wenn einer sagt, der Boden ist Lava, muss man sich instant mit einer Pyramide nach oben bauen oder auf ein Möbelstück in der Nähe springen. Sobald man den natürlichen Boden von Fortnite benutzt, ist man quasi... Der Boden ist Lava. Ich bin im Bus, Tobi. Wir gehen natürlich getiltet runter. Wir dürfen uns immer damit abwechseln. Eine Bodenplatte, sprich eine kleine Platte am Boden zählt auch. Das ist auch okay. Wenn man quasi auf einem Element steht, Tobi, das heißt, man steht quasi nur auf einer Rampe und ich sage, der Boden ist Lava, hast du fünf Sekunden Zeit, dich nach oben zu bauen auf einer weiteren Rampe oder du gibst mir eine Waffe deiner Wahl. Perfekt, meine Freunde. Ach ja, genau. Das wird das Schönste natürlich dabei, dass wir natürlich noch einen Wind dazu holen, nicht so wie Luca, ne? Weil der ist ja ziemlich schlecht. Aber das sind wir ja nicht, lol. Und deshalb, ja, fliege ich jetzt ja noch diesen Ring durch und dann wird nochmal gedabbt, Leute. So, Achtung. Woo! Seid mal im echten Leben. Jetzt bin ich durch diesen Ring durchgeflogen. Tobi, komm komplett. Da liegt eine goldene Waffe am Dach. Echt jetzt? Was ist das? Der Boden ist Lava. Nein, ich bin ja noch in der Luft, aber... Ach so. Also, wie gesagt... Der Boden ist Lava. Ah! Okay, okay. Ich stehe, ich stehe, ich stehe. Ich stehe, ich stehe, ich stehe. Ich stand safe, ich stand safe. Ich stand auf einem Geländer drauf, Tobi. Und wenn jemand am Boden steht, was dann? Dann muss man sterben. Nee, dann wirft einfach eine Waffe... Oh mein Gott, ich bin down. Ich werde gefinished. Ich werde gefinished. Kannst du einen von denen bitte finishen? Ja, warte. Der musst du finishen, der musst du finishen. Nee, ich kill einfach seinen zweiten. Okay, dann spielen wir das nochmal. Tilted Schmauers! Wichtig ist natürlich, dass der Win... Dabei noch Gold... Es geht iiiiit! Der Win... Der Win. Der Rapper. Das heißt, du kündigst jetzt dir wieder einen Win an. Ja. Und das heißt, ich werde jetzt bis 9 Uhr abends wahrscheinlich nicht mehr was anderes machen als der Fortnite-Spiel, ne? Ja, das Schöne ist, dass ich gleich noch einen schönen Meeting-Termin habe, Tobi. Das heißt, wir können kurz Mittagspause machen, dann geht es gleich direkt weiter. Super. Und 3, 2, 1, raus! Die sind wichtiger. Ah! Hier! Ach, das bist du! Mein Gott, Alter! Hab Leben verloren dabei! Warte! Was haben wir eigentlich gesagt, dass du nicht mehr alleine da runtergehen sollst? Ähm, ich gehe jetzt alleine runter. Der Boden ist Lava, Tobi. Fünf, vier, drei... Ja, ich bin schon. Okay. Ach stimmt, ich hab das ja vergessen, dass ich die Challenge war. Ja, ja, mein Freund. Ich würde sagen, wir gehen mal runter zur Tobi-Wink-Stelle. Komm. Der Boden ist Lava! Woh! Ha! I'm safe. Ich bin auf den 30. Oh, da ist jemand, da ist jemand! Echt jetzt? Wo denn? Draußen. Ja! Warte, ich finnig ihn. Ja! Ich bin mit! Ja, jetzt musst du... Den musst du jetzt holen. Ich kann nicht alles machen, ne? Digga, ich hab ne F***ing M16. Hast du doch gut gemacht. Okay, baue mich ein, alles in Ordnung. Hast du doch gut gemacht. Der Boden ist Feuer. Tobi, alles in Ordnung, oder? Was los? Muss ich mir Sorgen machen. Ich muss mich ja heilen. Ich wollte gar looten. Komm jetzt, hallo! Ich kink jetzt einen kleinen Schildkang, lass mich in Ruhe. Kann ich auch einen haben? Nein, ich hab nur einen. Gemein, Alter. Gemein, du hast mehr Leben als ich. Okay, der Boden ist Lava. Ich hab's geschafft. Hast du nicht. Außerdem war ich dran. Ja, stimmt. Wenn man die Challenge nicht versteht, dann sollte man sie am besten einfach lassen. Der Boden ist Lava. Ah! Ich stehe auf der Kiste, ich stehe auf der Kiste. Ich stehe auf der Kiste. So, eine Spaß, okay, den krieg ich dir. Ich hab ne Scar bekommen. Der Boden ist Scar. Der Boden ist Lava. Mann, ich hasse dich, ich wollte dich da erstellen. Der Boden ist Lava. Nein! Okay, jetzt bist du wieder dran. Ich hab Leben verloren. Warte, Jajan paddigt jemand. Komm auch, komm auch, komm auch, komm auch. Das Nachbar ist, glaub ich, oder? Da unten, da unten, da unten. Der Boden ist Lava. Was? Ich hasse dich, ich hasse dich. Nein, ich bin tot. Passt. Hab ihn. Geht der Boden ist Lava? Okay. Ne, eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, also ich glaub, dass das ist das Game nicht verstanden. Steps! Ja, ich bin tot, ne? Hab ihn, geht jetzt? Oh mein Gott, ich treff nichts, ich treff nichts. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Oh mein Gott, oh! Ich hab nichts getroffen, es tut mir so leid, Tobi. Baby, der Boden ist Lava. Hey, nein, 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 bitte. Baby, der Boden ist Lava. Hallo, du bist der Boden. Ah, ich hab gesniped von oben. Nein, nein, Tobi. Von ganz oben, von ganz oben auf die Treppe, oben auf die Treppe drauf. Ein Dude, ein Dude. Geh doch weg, geh doch weg da. Wieso gehst du da hinten? Der kann nicht dazu gucken. Warte, 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 warte. Der Boden ist Lava. Ich steh auf der Plattform. Okay. Digga, ich helf. Da hinter dir! Ah! Ah! Alter, du hast mich erschlafen. Mann, wieso lässt dich? Du bist in der Bestrafung. Astrid, warst du am Boden, das heißt, du musst irgendeine Bestrafung machen. Ich hab nur reingetrollt, Alter. Du warst am Boden, du musstest eine Bestrafung machen. Oh, ein neuer Skin. Den kaufe ich. Du hältst jetzt in die Facecam deinen Penis rein. Hat der Skin gekauft? Hast du nicht. Doch. Mann, du bist so arm. Und los geht's. Okay, Leute, zum Parkhaus, Tobi, komm jetzt. Ähm, Tobi? Ja? Ganz kurz, der Boden ist Lava. Ah, ich stehe auf dem Bett. Halt's Maul. Oh, Junge, du hast die Kiste unten schon geholt, ne? Ja, ja. Unerhört, oder? Alter, unerhört, Digga. Komm, wir pushen die jetzt. Wen denn pushen? Wo? Ja, blaues Haus. Sind da welche? Da drüben läuft einer. Oh, warte, der ist hier unten. Wo ist er denn? Hab ihn. Oh mein Gott, Alter. Der Boden ist Lava. Ich bin, ich bin schon oben. Wie, wie, die kommen? Ja, warte. Ich push von hinten. Einer ist hier drinnen. Sind die oben? Hab ihn nockt. Der Boden ist Lava. Ah! Steppe. Lol, natürlich sieht er mich da, Alter. Guck ihn nicht, lauf weg. Schaffst du's? Ja, hab ihn. Sehr gut, der Boden ist Lava. Ah! Ah! Danke für den Loot. Ich hasse dich so aktiv. Oh! Mann, weiß ich hab eh nichts. Ich hab ne... Hallo! Beruhig dich doch mal. Du hast ja mal schon drei Kills, Alter. Hier, irgendwo war jemand? Ja. Über... Hier. Wo denn? Nockt. Oh mein Gott, er ist bei mir. Hab ihn. Du warst am Boden. Bodens Lava. Ah! Äh, ich muss... Oh mein Gott, da jumpettet jemand. Nein, der kommt hoch. Hier bei mir. Das ist am Ende hinter dir. Hinter dir. Digga, er hat drei Schüsse gefressen. Hast du das gesehen, Alter? Ich hätte gerade so Angst, dass du es nicht schaffst. Ich glaube, ich krieg jetzt keinen Hedgehammer vom Berg. Bitte, bitte. Ich will den Hedgehammer vom Berg bekommen. Bitte, 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 bitte. Da ist jemand. Lol. Was? Hä? Digga, was geht denn da ab? Unten den Typen, erstmal hier den Einzelnen. Achso, du schießt auf den. Da hinten läuft da einer Osten. Der hat auch einen Hits bekommen. Der versucht seinen Maid zu reviven. Kill ihn. Den in den Baum. Schießt den Baum kaputt. Wollen wir runter? Alter, nix, weil es sind noch so viele Gegner. Was? Was? Ich bin tot. Hinter uns. Hinter uns am Berg. Oben. Oben, oben. Da. Ja, natürlich, Alter. Ey, was kommt die schon wieder angelaufen? Eine Ewigkeit später. 30 Stunden fast für eine Challenge. Das muss man sich mal reinziehen. Und wir, Leute, das ist nicht geklickbaitet oder gelogen oder sonst was. Es ist einfach real. Ihr seid Donnerstag, wir waren 5 Stunden. Freitag, wir waren 5 plus Stunden. Heute spielen wir schon so eine ganze Zeit. Wann kommt das Video? Sonntag. Ja. Ich nehme wirklich an, Leute, dass wir insgesamt... Nein, wir haben mehr. Ein viel mehr. Ne, 30 Stunden ist ziemlich überzogen. Aber ich nehme an, dass wir wirklich 20 Stunden legit wirklich daran rum versucht haben. Und ihr seht den Großteil der Versuche nicht, Leute. Ihr seht den Großteil nicht. Ich hatte Freitag frei. Ich habe meine Zeit damit verbracht, dass wir aufnehmen. Von 15 Uhr bis abends um 10 Uhr. Ja, ich weiß. Einer landet Hangar. Ja, ich kill ihn. Ich habe eine Shotgun. Oben. Habe ich knocked. Tobi, der Maid ist hier oben. Der Maid ist hier oben. Darf ich den Köln, bitte? Ja, warte, bitte. Lass mich trotzdem mitgehen. Er steht oben und lootet die Kiste. Man weiß auch nicht, was mit dem los war. Der Boden ist Lava. Das zählt. Hallo? 400 Stahl für eine Ska, Tobi? Für eine goldene? Ne, für eine lila. Ne, lohnt nicht. Wie so ein 400 Stahl gefahren wird. Stahl ist so dieses seltenste Ding, was man fahren kann. Aber nicht hier. Der Boden ist Lava. Hoppali. Warum ist das echt Stahl? Ja, hab genug. Okay, nice. Komm her. Gut. Wir wurden jetzt aus Versehen ins Falsche gekauft. Okay, ich habe nur 24 Schuss mit der Ska, aber ist egal. Oh Gott, ich will dieses verdammte Video einfach hinter mich bringen. Ich bin einfach, Leute, ich bin psychisch wirklich am Ende. Ich bin, ich bin, ich bin down. Es kann doch nicht sein. Dann sagen Leute, Das sagen die Leute dann immer, weißt du? Ja, genau. Und Matto sagen die, Irgendwie, das sind deine... Oh, Meteor. Der Boden ist Lava. Oh, was ist das? Haha, das zählt. Das zählt. Guck. Bitte, du darfst nicht gelockt werden. Komm, wir gehen hier runter, Alter. Komm. Okay. Yo, wow, wow, wow. Das sind die Ultra Tryhards. Ja, lol, Alter. Was für ein Hit. Einer hat Hit bekommen. Aber er knockt. Echt jetzt? Ja. Der andere ist runtergefallen. Wir müssen die pushen. Ich pushe den gerade, ja? Der hat keinen Schild mehr. Oh Gott, das ist so risky. Hast du beide down? Ja. Alter, wie hast du das gemacht? Es tut mir leid, dass ich den gestealt habe. Gar kein Ding, gar kein Ding, gar kein Ding. Hauptsache, sie sind tot, Alter. Geh hoch nochmal, ja? Ich schau. Ich schau mal ein bisschen Holz, Digga. Nicht vergessen, Tobi, dass der Boden Lava ist. Boah, ich bin auf sein Pyramide. Alter, das habe ich aber fast vergessen. Dass der Boden Lava ist. Okay, stopp. Habs. Hast du? Ja, sorry. Es war sehr close, aber... Ja, hatte ich. Ganz ehrlich, Tobi, der Boden ist Lava. Yo, Alter, wie close, Digga. Wie close. Der war miroslav close. Nur, dass halt, dass hier keiner entzeltet, angeblich, drin ist, Digga. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt vielleicht abgeschossen, weil ich hier auf dieser Skybase rumhöfe. Wir gehen ins Big Ben, okay? Wir brauchen jetzt Hygror. Das ist ein Mithilid eingestürzt. Ich habe es gesehen. Was? Wo? Ich habe es nach vorne. Oh mein Gott. 255. Ich habe es auf Aufnahme. Oh, fuck, ist so dumm, was wir hier machen. Okay, ich habe es für einen Endfight so wenig Mets wie noch nie. Ich habe auch gar nichts mehr. Oh, geschafft. Du hast es in dem Moment gerade gebaut, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Richtig. Alter, wir haben Big Ben voll eingenommen. Hier, 165. Oh, ah, der Brickding. Ja. Okay. Du kannst dich hinsetzen, der piekt da. 2, 1. Oh, der war so knapp. Der hat so Glück gehabt. Metroid. Danielne. Ganz viele Metroiden. Digga, waren gerade so viele. Das sind nicht die einzigen. Doch, das ist der Einzige. Das ist der Letzte? Das ist der Letzte. Das ist der Letzte. Okay. Tobi, was machen wir mit dem? Töten. Wer ist dran? Nein, ich. Du. Äh, ich. Du. Es ist ja egal, Tobi. Wir bringen es einfach schnell zu Ende. Ja! 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 Mit 4 und 1 Kill gewonnen, Leute. Oh, nein. Wir haben es endlich geschafft. Tobi, der Boden ist Gottverdammt noch mal da war, Leute. Oh, ich kann nicht spielen. Ich habe verloren. Leute. Oh, mein Gott. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Evi, 20 Stunden Arbeit. Ey, ohne Witz. Ungelogen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt, ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele 50 Stunden Fortnite. Ciao. Ciao. Eu,ayan. Ich bin ja. Äh. Bis zum nächsten Mal.